Seit dem Mal jemand gesagt, ist das Wichtigste, das er hat. Ich habe ihm das als Herz genommen, wenn ich Momente zuwähle. Seit dem Mal jemand verzöhnt, ist das Einzige, das wirklich zeigt. Leider habe ich es nie verstanden, bin die ganze Zeit am Ohren. Am Abend kann ich gar nicht hören, am Dienstag bin ich auch nicht da. Am Mittwoch ist es so schlecht, am Dienstag geht es mir auch nicht da. Am Freitag bin ich weg und es wird am Samstag, wo ich gar keine Zeit. Vom Sonntag zwischen zwei und drei, könnten wir zwei zusammen sein. Säckchen rennen, spät gelassen, pennen. Juffler pressieren und frisch rasieren. Überall dabei und gleich nien richtig. Jeder will, was du erst sein, doch was ist wirklich wichtig. Ich bleibe mir in uns mal gesehen, wie die Schmerzen. In meiner Gange ist keine Zeit mehr leer. Am Abend kann ich gar nicht hören, am Dienstag bin ich auch nicht da. Am Mittwoch ist es so schlecht, am Dienstag geht es mir auch nicht nach. Am Dienstag bin ich weg und es wird am Samstag, habe ich gar keine Zeit. Am Dienstag bin ich weg und es wird am Dienstag geht es mir auch nicht da. Am Dienstag geht es mir auch nicht da. Am Dienstag bin ich weg und es wird am Samstag, habe ich gar keine Zeit. Am Dienstag geht es mir auch nicht da. Am Dienstag bin ich weg und es wird am Dienstag kommt. Am Dienstag geht es mir auch nie was luxiert. Am Dienstag geht es mir einfach mal zusammen. Am Dienstag geht es mir faithsann. Am Dienstag geht … Am Dienstag steht mehr работать, Untertitelung des ZDF, 2020